Als große Schwester unseres KG50 kann die Kapp- und Gärungssäge KGS80 erst auch ohne weiteres mit grösseren Werkstücken aufnehmen. Sie trennt sauber und problemlos Stahl, NE-Metall, Holz oder Kunststoff, sogar GFK, kann mit dem entsprechenden Sägeblatt bearbeitet werden. Ein bärenstarker Motor und eine pfiffig durchdachte Konzeption machen es möglich. Der solide Rundtisch aus plangefrästem Allodruckus ist beidseitig stufenlos im Winkel von 45 Grad schwenk- und feststellbar. Zusätzlich gibt es nur eine präzise 15 Grad Rastung. Zwischenschritte lassen sich natürlich auch einstellen und werden mittels einer Rändelschraube geklemmt. Ebenfalls Erwähnung verdient der Schraubstock zum Einspannen der Werkstücke. Dessen Mittellinie bleibt unabhängig von der Werkstoffdicke immer an der gleichen Stelle. Das ist wichtig für Gärungsschnitte. Das Sägeblatt trägt so beim Herunterschwenken auch unterschiedlich dicke Werkstücke immer an der gleichen Stelle. Auch eine genaue Inspektion der Spannpacken lohnt sich. So gibt es auf den Innenseiten eine prismatische Nut, die man beim Bearbeiten von Rundmaterialien aller Art schätzen lernen wird. Diese werden darin sicher und zuverlässig geklemmt. Für dünne, aber relativ breite Werkstücke bis 65 mm gibt es noch eine Nut auf der Spannbackenoberseite. Und damit unabhängig vom Schwenkwinkel des Tisches und der Größe des eingespannten Werkstückes der Sägeschnitt so nah wie möglich an die Schraubstockkante gelegt werden kann, ist der Sägekopf seitlich verstellbar. Vorteil, kurze Einspannlängen verhindern das Ausfransen oder Ausreißen des Werkstücks. Eine weitere Spezialität ist der verstellbare Längsanschlag. Mit seiner Hilfe lässt sich eine beliebige Anzahl von Werkstücken auf die gleiche Länge abtrennen. Das Werkstück wird dazu in die Klemmvorrichtung eingelegt, bis an das Anschlagblech herangeschoben und dann festgeklemmt. Nach dem Trennen und Entnehmen des Werkstücks wird das Material wieder bis an den Anschlag geschoben, mit dem Schraubstock geklemmt und wieder getrennt. Dies kann beliebig oft wiederholt werden. Man erhält so viel gleich lange Teile wie man möchte. Auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz. Zum Schwenken des Sägekopfes nach unten muss eine mechanische Arretierung betätigt werden. Dies verhindert, dass der Sägekopf versehentlich betätigt wird. Dabei schwenkt der durchsichtige Sägeblattschutz automatisch nach oben und gibt das Sägeblatt nur so weit wie nötig frei. Eine Verletzungsgefahr ist praktisch ausgeschlossen. Serienmäßig ist die KGS 80 mit einem Hartmetall bestückten Sägeblatt mit 24 Zähnen ausgestattet. Ebenfalls verfügbar ist eine gewebeverstärkte Trennscheibe sowie ein Hartmetall bestücktes Sägeblatt mit 36 Zähnen. So bleibt kaum ein Werkstoff unbearbeitet.